Du bist auf der Suche nach den besten Hausmitteln gegen Pigmentflecken, der sogenannten Hyperpigmentierung? Dann bist du in meinem Video genau richtig. Ich stelle dir heute sieben Hausmittel vor, die helfen, Pigmentflecken schnell loszuwerden. So kannst du ganz ohne Laserbehandlung oder chemischen Peelings versuchen, deine Pigmentstörungen in den Griff zu bekommen. Doch warum entstehen Pigmentflecken überhaupt? Direkte Sonneneinstrahlung auf die Haut kann die Produktion des Hautfarbstoffs Melanin ankurbeln. Durch das intensive Sonnenlicht können dadurch Sommersprossen entstehen. Wenn du dich vor dieser Ursache schützen möchtest, dann solltest du auf Sonnencremes mit einem hohen Lichtschutzfaktor setzen. Ebenso hormonelle Auslöser wie eine Schwangerschaft oder die Pille können eine vermehrte Ausschüttung von Melanin begünstigen. Auch in diesem Fall solltest du die Haut vor UV-Strahlen schützen. Zu guter Letzt gelten bestimmte Erkrankungen als Ursache für Pigmentstörungen. Dazu zählen unter anderem Stoffwechselstörungen und gewisse Autoimmunerkrankungen. Diese sieben Hausmittel kannst du einfach und unkompliziert gegen Pigmentflecken nutzen. 1. Kurkuma Über Kurkuma habe ich schon viel berichtet. Tatsächlich kann das Gewürz des Lebens auch gegen braune Flecken im Gesicht gute Wirkungen erzielen. Denn viele Erfahrungsberichte bestätigen, dass Kurkuma die Haut aufhellen kann und so gezielt Pigmentflecken verblassen lässt. Der Grund, Kurkuma soll die Melanin-Produktion in den Hautzellen reduzieren und folglich Pigmentflecken entfernen. Du benötigst dafür nur einen Teelöffel Kurkuma und einen Spritzer Zitronensaft. Vermische beide Zutaten und trage die Paste für etwa 20 Minuten auf die Pigmentflecken auf. Danach die Paste mit Wasser abwaschen. 2. Kartoffeln Kartoffeln besitzen ein Enzym, dem nachgesagt wird, Pigmentflecken aufhellen zu können. Viele Betroffene berichten von guten Erfahrungen damit. Die Anwendung ist unkompliziert. Schneide eine Kartoffel längs auf, gib ein paar Tropfen Wasser auf die Kartoffeloberfläche und reibe die betroffenen Pigmentflecken ein. Wasche danach die Hautstelle mit Wasser ab. Die Behandlung ist in der Regel gut verträglich. Du kannst sie mehrmals täglich durchführen. 3. Apfelessig Die Fruchtsäure im Apfelessig wirkt bleichend und ist daher ein beliebtes Hausmittel gegen Pigmentflecken. Du kannst einfach unverdünnten Apfelessig auf die betroffenen Hautstellen auftragen und für 10 Minuten einwirken lassen. Nach der Behandlung die Pigmentflecken mit lauwarmen Wasser abwaschen. Du kannst die Anwendung zweimal täglich, am besten morgens und abends wiederholen. 4. Zitronensaft Falls du keinen Apfelessig zu Hause hast, kannst du alternativ auch auf Zitronensaft ausweichen. Denn auch die Säure von Zitronensaft kann Pigmentflecken aufhellen. Die Anwendung ist identisch. Zweimal täglich die Pigmentflecken mit Zitronensaft betupfen und 10 Minuten einwirken lassen. Vergiss nicht die Säure nach der Behandlung mit Wasser abzuwaschen. 5. Mandeln Mandeln strotzen vor Vitamin E, die ideale Hilfe bei Pigmentflecken. Vitamin E wirkt antioxidativ und schützt so unsere Haut vor freien Radikalen. Doch auch Pigmentflecken haben gegen Mandeln schlechte Karten. Schließlich hemmen Mandeln die Neubildung von Sommersprossen und hellen sie auf. Die dafür notwendige Mandelpaste ist schnell erstellt. Weiche eine Handvoll Mandeln in Wasser ein und mixe sie danach mit etwas Milch zu einem Püree. Die Paste über Nacht auf den Pigmentflecken einwirken lassen und am nächsten Morgen wieder mit Wasser abwaschen. 6. Papaya Die exotische Frucht enthält das Enzym Papain. Papain soll nicht nur Pigmentflecken verblassen, sondern auch die Haut regenerieren. Dafür pürierst du das Fruchtfleisch einer halbierten und entkernten Papaya und trägst das Püree auf die Pigmentflecken auf. Die Einwirkzeit darf durchaus eine halbe Stunde andauern, danach die Paste wie gewohnt wieder mit Wasser gut abwaschen. Die Anwendung sollte mehrmals pro Woche wiederholt werden. 7. Vitamin C Bis jetzt habe ich dir Hausmittel vorgestellt, die Pigmentflecken äußerlich bekämpfen. Doch du kannst auch von innen heraus etwas gegen deine Pigmentflecken tun. Vitamin C-haltige Lebensmittel regen die Collagenbildung an, mindern die Überpigmentierung, straffen die Haut und verbessern das allgemeine Hautbild. Ein kleiner Tipp zum Schluss, um allergische Reaktionen und Unverträglichkeiten bei einer äußerlichen Anwendung auszuschließen, teste die Hausmittel zuerst an einer kleinen Hautstelle. In seltenen Fällen kann ein Ausschlag auftreten. Falls du davon betroffen bist, wechsle auf ein anderes Hausmittel. In welchen Lebensmitteln besonders viel Vitamin C steckt, erfährst du in wenigen Sekunden in meinem nächsten Video. Welche Hausmittel kennst du, um Pigmentflecken loszuwerden? Sag es mir in den Kommentaren unten und teile deine Erfahrungen. Dir hat mein Video gefallen. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Du möchtest kein Video von mir mehr verpassen? Dann drücke jetzt den Abonnieren-Knopf und schon wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Viel Gesundheit, deine Caro von Vital Schnabel Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020